Wir sind alle gleich und doch verschieden. Diese Geschichte basiert auf einem Text, der online seit Jahren geteilt wird. Eines sonnigen Nachmittags beschloss Frau Müller, gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Sohn Tim einkaufen zu gehen. Die beiden fuhren mit einem prall gefüllten Einkaufswagen durch die Gänge des Supermarktes. Während Tim an ihrer Seite plapperte, füllte Frau Müller den Wagen mit allerlei Nahrungsmitteln und Haushaltsartikeln. Tim, sei ein Schatz und hol doch bitte noch eine Packung Klopapier, bat sie ihren Sohn, der fröhlich in Richtung des Gangs mit den Hygieneartikeln verschwand. Kurze Zeit später kehrte Tim zurück, in seinen kleinen Händen eine riesige Familienpackung Klopapier. Mit einem Schwung warf er die Packung in den Wagen. Fast wie in Zeitlupe sah Frau Müller, wie die Eierpackung in die Luft katapultiert wurde, dicht gefolgt von einer Packung Spaghetti und einer Schachtel Mini-Schokoküsse. Geistesgegenwärtig fing sie die Eierpackung auf, bevor sie auf den Boden fiel. Die Spaghetti und die Schokoküsse hingegen landeten unsanft auf dem Boden, wobei einige der süßen Leckereien aus der Schachtel purzelten. Tim starrte mit großen Augen auf das Missgeschick, doch plötzlich fiel ihm etwas anderes auf. Mit offenem Mund und ausgestrecktem Finger zeigte er auf ein Mädchen, das gerade mit ihrer Mutter vorbeiging. Die ist ja ganz schwarz und kann nicht richtig laufen, Mama, rief Tim laut aus. Seine Unschuld und Neugier waren unübersehbar, doch Frau Müller wurde rot vor Verlegenheit. Ähm, Kinder, brachte sie nur heraus und zuckte entschuldigend mit den Schultern. Die Mutter des Mädchens lächelte sanft und meinte, schon gut, dann gingen sie weiter. Tim konnte seinen Blick nicht abwenden und fragte, Mama, wieso ist die so anders? Frau Müller bückte sich zu ihm herunter und hielt die ramponierte Schachtel Mini-Schokoküsse in der Hand. Sie öffnete die Schachtel und zeigte Tim die unterschiedlich gefärbten Schokoküsse darin. Schau genau hin, sagte sie, mit den Schokoküssen ist es ähnlich wie mit uns Menschen. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Aber vier sind angedetscht, bemerkte Tim. Frau Müller lachte leise. Ja, es gibt weiße, braune, schwarze, angedetschte und welche, die heil sind. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Was denn, Mama? fragte Tim neugierig. Die Füllung. Innen sind sie alle gleich. Egal, ob sie angedetscht sind oder nicht. Sie schmecken lecker. Probier mal. Sie reichte ihm einen heilen und einen angedetschten schwarzen Schokokuss. Tim biss in beide hinein und grinste breit. Er ist genauso lecker. Und wie ist das bei den Menschen? wollte er wissen. Na, ganz einfach, erklärte Frau Müller. Uns gibt es auch in vielen Farben. Manche von uns können nicht gut laufen, sehen oder sprechen. Aber wir alle können fühlen und lieben, Liebe geben und Glück schenken. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Tim nickte, als er seine Lektion verstanden hatte. Also sind wir wie die Schokoküsse, Mama. Genau, mein Schatz, sagte Frau Müller und drückte ihn liebevoll. Innen sind wir alle gleich. Bis zum nächsten Mal, wie geht es? Ansonsten, wenn man die Schokokuss hinbekommt. Jetzt kommt es auf dem Alkipur. Ich selbst schreibe. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich schreibe. Immer wieder. Ich gehe jetzt auf dem Alkipur. Untertitelung des ZDF, 2020 Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst.